Hey Leute und willkommen wieder zu meinem nächsten Vlog. Zweiter Tag von unserem Trip East Coast. Wir waren hier gerade am Beach, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, war auch nichts Spektakuläres. Jetzt geht es weiter zum nächsten Lookout oder ich weiß gar nicht, wo es jetzt hingeht. Aber auf jeden Fall werde ich weiterhin Aufnahmen einblenden. Bis später. Q-L-I-Q-U-I, gell? Q-L-I-Q. Oder? Bitte was? Mir wird nochmal Klick geschrieben. Kuh? Warte mal. C-L-I-T. Ich wusste. Warum komme ich auf Q? Hahahaha. Mega frisch hier. Mega geiler Ausdicht auf jeden Fall. aber es ist ja mal die saune ja die jacken müssen wir wieder zum einsatz gekommen ja und wir laufen jetzt wieder zurück zu unserem auto und suchen dann hier im campground oder caravan park oder whatever vielleicht noch gar nicht erwähnt aber wir sind hier irgendwo ist das promontory national park das ist mega schön hier kennst du meine gopro die kack jetzt ab bei sieben sekunden ach die läuft geht wieder sagt bloß ja leute hiking tag 2 was geht hab ich willst du dich gut super ja also auf jeden fall ich weiß gar nicht wie lange hängen jetzt eine stunde 3,2 oder vier kilometer was das waren keine ahnung ja immer noch im wilson's probatory national park mal gucken was uns heute hier noch so begegnet naja auf jeden fall von meiner spielreflex die akkus sind leer und ich hatte keine wirklichkeit aufzuladen deswegen wird ein bisschen was mit der gopro gefilmt und eventuell mit dem iphone mal sehen bis später dann dann ja 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 Bis zum nächsten Mal.